Diese Woche gibt es jeden Morgen von unseren Lehrstellen. N.A.G. Voll bei dir. Die Lehrstellenbörse. Es ist ein bisschen anders als sonst, wenn man auf Lehrstellen sucht, oder? Ja, nicht irgendwie ein BAM oder wo geht man sich hin? Ja, z.B. Oder nicht ein endloses Lehrstellenbewerbungs-Schreiben rauslassen, wie es bei mir damals der Fall war. Nein, einfach eine simple Sprachnachricht, die du schnell vorstellen kannst. Eine junge Frau, ein junger Mann, der an einer Lehrstelle interessiert ist, die man dir täglich die Woche vorstellt. So ist es. Da musst du nicht Berufsberatung gehen. Da kannst du einfach hören. Heute, dieser Betrieb. Hallo zusammen, ich bin Christian Ackermann von der Garage Ackermann AG in Dotzigen. Wir suchen für den Sommer noch einen Lehrling. Pass auf die Zukunft, erzähle ich dir bald. Das hat er gemacht in der vorletzten Stunde bei Energy Morgens. Jetzt wollen wir aber noch einen Lehrling, einen Lernenden, hören. Und zwar Lars. Der ist genau in diesem Betrieb im dritten Lehrjahr und hat uns erzählt, was es für Aufgaben hat. Meistens macht man halt Service-Arbeiten oder jetzt in der Pneusaison. Dann wechselt man halt viel Pneus wechseln. Und sonst gibt es halt auch ganz viele andere spannende Sachen. Zum Beispiel, wieso läuft das Auto nicht mehr? Wieso ist jetzt die Batterie kaputt gegangen? Oder wieso wird die Batterie nicht mehr geladen? Eigentlich mit all solchen Fragen beschäftigen wir uns und suchen dann für diese Lösung. Ah. Das Wieso, das habe ich mir auch in meiner Lehre aus Multimedia-Elektronik gestellt. Die Antwort darauf habe ich nie gefunden. Ich habe immer gesagt, es rentiert nicht mehr auf den neuen Fans. Wie sieht denn so einen Tagesablauf beim Lars aus? Morgen am Viertag ab 7 Uhr fangen wir an. Dann wird verteilt, was für Arbeiten das gemacht müssen werden. Und je nachdem durch den Tag, wenn noch Passanten kommen und noch etwas brauchen, gibt es natürlich auch immer kleine Ablaufsenderungen, wo man sich dann einfach spontan darauf einlassen muss. Und genau so. Das klingt nach einem sympathischen Oberstifter, Lars. Ja, definitiv. Was sind die Highlights in seinem Job? Das Team. Das Team ist wirklich super. Wenn man irgendeine Frage hat, kann man wirklich zu allen gehen. Jeder gibt eine gute Antwort. Und hier lernt man wirklich sehr viel. Und bekommt auch Zeit, dass man etwas lernen kann. Nicht, dass man die ganze Zeit unter Zeitdruck ist. Und wenn du jetzt sagst, das ist ein Job für mich als Automechatronikerin oder Automechatroniker. Es gibt diverse Jobangebote, die Sie haben. Dann melde ich jetzt auf 979-655-0844. Und wir leiten dich direkt höchstpersönlichem Chef weiter. Genau so ist es mit der Infos auf energy.ch. Energy. Voll bei dir. Die Leerstellenbörse. Voll bei dir. Jetzt bewerben. Und Energy vermittelt dich. Alle Facts jetzt auf energy.ch. Thanks, Mr. Dl. So. Nhanson von der Region. Going to theնers. The Denas. We are.